Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines elektrischen SBB-RABE 523-Triebzugs in SBB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Sie werden einen Großteil Ihrer Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Nehmen Sie Platz. Stellen Sie den Hauptschalter. Die Spitzenlichtsignale dieses Zuges werden automatisch eingeschaltet, wenn der Hauptschalter auf Entsperrt steht. Der Leistungshebel dieses Zuges ist in zwei Zonen unterteilt. Fahren und Bremsen. Der RABE 523 ist mit Auto. Die Bremsenzone steuert die dynamische Bremse dieses Zuges ab. Die Die Fahrenzone hingegen regelt, wie viel Leistung an die Fahrmotoren gegeben wird. Benutzen Sie nun den Leistungshebel. Untertitelung des ZDF-⑦. Untertitelung des ZDF-⑦. Tutto spaniert, wie viel enfant der Scherebel ist bereits ein Siegerorien. . Untertitelung des ZDF, 2020 Nutzen Sie die dynamische Bremse, um den Zug anzuhalten. Bewegen Sie dazu den Leistungshebel nach hinten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Drücken Sie den Türen... Drücken Sie den Türen... Drücken Sie den Türen... Dieser Triebzug ist mit zwei Sicherheitssystemen ausgestattet. GTCS-Lab. Außerdem kann ein Handbuch angesehen werden, das alle Funktionen und Eigenschaften dieses Triebzugs erklärt.